So hallo ihr Lieben, Chris Hemschenmann, Partner, Vorabziehungscoach und so weiter, Hamburg-Berlin in der Nähe von München und heute haben wir wirklich jetzt mal gute Laune, Thema 19 Zeichen, dass sie auf dich steht, dich gut findet, gerade in ihrer Polarität ist, wenn du auch Dating-Erfolge haben möchtest, hör dir das an und vor allen Dingen mach die fucking Dating-Kurse, dafür sind sie da, wenn ich dir immer nur umsonst Content angucke, ich weiß, das macht Spaß, aber investier in dich, vielleicht haben wir den Code auch noch nicht gelöscht, der jetzt zwei Tage galt, ich backen ihn nochmal hier drunter, irgendwann löschen wir den heute und ja, ich denke, es ist für Männer interessant, die sich fragen, steht sie jetzt gerade auf mich oder nicht? Und es bleibt auch für Frauen interessant, die überlegen, was sind denn eigentlich Zeichen, die ich jetzt geben könnte, die natürlich eigentlich, wenn man, viele Frauen machen das sowieso unbewusst irgendwie und das sind jetzt, ich habe jetzt extra Sachen zusammengenommen, die auch Zeichen sind, wenn eine Frau gerade in ihrer weiblichen Polarität ist, ich habe jetzt extra Sachen ausgelassen, die so ein bisschen manipulativ sind, das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch viel, viel mehr zu sagen gibt zum Thema Polarität, das ist natürlich jetzt nur ein Mini-Ausschnitt. Und nochmal Disclaimer, nein, nicht jede Frau muss in ihrer weiblichen Polarität sein, sie kann sowieso machen, was sie will, es ist einfach die Polarität, in die man am liebsten ist beim Dating, kann natürlich auf die Arbeit gehen und in einer männlichen Polarität sein. Und ja, es gibt Frauen, die daten lieber in einer männlichen Polarität, die müssen nicht den alten Mann suchen oder es gilt jetzt auch alles für homosexuelle Paare oder divers und was es da alles gibt. Aber man kommt um die Nummer nicht herum und wie man sich dreht und wendet und egal, welche Weltanschauung man da hat, ohne Polarität keine sexuelle Spannung. Also um die Nummer kommt keiner rum. Aber fangen wir mal an. Also was macht eine Frau typischerweise in ihrer Polarität? Nein, sie geht nicht auf den Mann zu und sagt, hey, ich will mit dir sofort schlafen, kommst mit mir nach Hause, sondern sie wirft sich in die Umlaufbahn des Mannes. Also das werdet ihr auch an all diesen Sachen hier merken. Also sie sagt so, hallo, hier bin ich, guck mal, macht auf sich aufmerksam und signalisiert damit dem Mann, dass er sie ansprechen kann oder weitergehen kann. Weil wir haben ja, Menschen sind ja auch Tiere, wir haben ja die Female Choice, auch das bittere Realität. Scheinbar vielleicht, kann man jetzt überlegen, ist das gut oder schlecht für Männer oder für Frauen, aber das ist, was es ist. In der Regel sucht die Frau aus und das macht sie halt sehr subtil und häufig sehr unbewusst. Also erstes Zeichen, sie ist einfach in deiner Nähe. Sie steht relativ nah und was weiß ich, bis auf einer Party und immer wieder steht sie neben dir. Ganz simple Sache. Zweiter Punkt. Ja, sie guckt dich an viel, ne? Ich meine, das ist auch das. Machen viele Frauen, aber dazu mehr im Datingkurs, ein bisschen falsch, weil sie zu kurz gucken und da hat der Mann das gar nicht gerafft oder denkt, hat sie mich jetzt angeguckt oder nicht? Also ja, sie guckt dich an. Und lächelt dabei womöglich noch. Aber gut, das ist schon ein eigener Punkt. Also guckt dich an erstmal überhaupt nur, ne? Guckt, was macht er denn und sucht Blickkontakt, ne? Wie gesagt, muss alles nicht bewusst sein, ne? Dritter Punkt. Berührung. Also vielleicht bist du schon auf einem Date mit ihr und glaub mir, keine Berührung ist zufällig. Also irgendwas, was weiß ich, ihre Hand streift deinen Arm beim Aufstehen oder irgendwie, weiß ich nicht, berühren sich eure Knie zufällig. Also es ist nicht zufällig. Auch das ein weiteres wichtiges Zeichen. Vierter Punkt. Ja, so ein bisschen anzüglicher Talk. Das muss jetzt nicht straight in the face sein, aber das kann einfach sein. So ein bisschen schlüpfrigen Witz machen. Weiß ich nicht. Einfach irgendwas Lockeres, auch vielleicht so ein mini-schen bisschen Sexuelles sagen. Was vielleicht auch so ein bisschen im Außenkontext raus ist, wo man denkt, ups, was soll das denn jetzt? Fünfter Punkt. Also einen sehr lustigen Kommunikationsstil, so, ne? Das heißt, sie redet nicht mit dir über Corona oder über Verschwörungstheorien, sondern sie redet, ja, spaßige Sachen mit dir, lacht, lacht über deine schlechten Witze, macht selber schlechte Witze, ihr lacht gemeinsam. Auch ein wichtiges Zeichen. Dann sechs. Das ist wirklich ein krasses, finde ich. Läuft in nicht rein. Also ihr geht nebeneinander und plötzlich denkt, hast du das Gefühl, da hat sie mich jetzt gerade angestoßen. Ja, also läuft zu nah, läuft in nicht rein. Ähm, und, ähm, ja, ist auch unter anderem sehr gutes Zeichen. Aber ich könnte ja mal ihre Hand nehmen, aber gut, viele trauen sich das dann nicht. Aber, ähm, äh, das ist ein wichtiges Zeichen. Dann sieben, ja, ich weiß, das ist wieder, ist wahrscheinlich wieder, äh, nicht feministisch korrekt. Aber das, was es ist, äh, so die Lippen lecken, Lipgloss drauf machen, ähm, sowas in der Art. Ähm, achter Punkt. Seltsame, aber irgendwie fortwährende Kommunikation. Also vielleicht muss jetzt nicht live sein, kann auch über, äh, WhatsApp sein. Also das bleibt, ihr bleibt ständig im Kontakt. Ihr, immer wieder schreibt sie dir, ähm, vielleicht wart ihr eher auf so einer freundschaftlichen Ebene unterwegs. Ähm, die Kommunikation reißt einfach nicht ab. Ähm, so, jetzt habe ich, hier muss ich mal gucken. Also sieben, äh, jetzt sind wir beim neunten Punkt, ähm, meldet sich zuerst. Also, das, äh, also ihr habt ein Date gehabt und du denkst dir jetzt, ähm, na, was mache ich denn jetzt? Äh, rufe ich sie an nach drei, fünf Tagen, sieben Tagen. Aber sie hat sich schon längst gemeldet, sie hat sich schon gemeldet. Aber was war das für ein schöner Abend, ich bin gerade zu Hause angekommen. Äh, oder ihr habt Nummern ausgetauscht und sie kann es gar nicht erwarten, sich zu melden. Ähm, klar, ist ein super Zeichen. Ähm, äh, zehn, auch das, wieder so ein Klassiker, ähm, viele Emojis. Ich, ja, bin das also die ganze Nachricht voll mit, muss nicht übrigens Herzchen sein, das machen wir ja nicht gleich. Das wäre wahrscheinlich schon ein bisschen Lovebombing eher, aber es ist alles mit, äh, wirklich mit viel Aufwand, irgendwelche Emojis rausgesucht. Ähm, sehr gutes Zeichen, sehr an der Polarität, was auch der Grund ist, Frau Männer das nicht machen soll. Schreibt nicht so viel fucking Emojis vor den Nachrichten rein. Also klar, wenn man zusammen ist, kann man das alles machen, aber, ähm, ansonsten nicht die beste Idee. Es kann sehr abtörend drüber kommen. Elftens, auch dafür will ich keinen Feminismuspreis bekommen, aber ich bin großer Frauenträumt, wirklich. Also, äh, ich hoffe, das kommt drüber. Ich habe auch 80, naja, 70, 80 Prozent weibliche Zuschauer. Aber it is, it is what it is. Ähm, streichelt sich selbst oder streichelt Dinge um sich herum, so. Das ist doch lustig. Zwölfter Punkt, anlächeln. Klar, muss man nicht viel zu sagen. Ähm, so. Dreizehinterpunkt, ähm, ja, zieht sich gut an in deiner Nähe. Also, das heißt, wenn ja, macht sich, ist natürlich alles relativ, aber macht sich aus ihrer Sicht fresh auf ein Date. Also, bemüht sich, äh, wie gesagt, was auch immer das jetzt genau heißt, so, äh, also nachdem, was sie für einen Look hat. Das kann natürlich auch, äh, Streetlook sein oder was auch immer, äh, was sie halt denkt, was für sie gut angezogen ist. Aber sie gibt sich Mühe, sich schick zu machen, so in deiner, also schick jetzt nicht im gesellschaftlichen Sinne, sondern sie will dir gefallen, so, ne. Ich hoffe, das ist verständlich. Ähm. Ähm, vierzehntens, tag dich und verlinke dich auf Social Media. Ja. Äh, dann, äh, fünfzehntens, äh, fährt sich durch die Haare. Auch das ein Klassiker. Sechzehntens, lehnt sich dir entgegen. Also, wenn auf einem Date, wenn sich schon dir so entgegenkommt, ähm, ja, logischerweise ein gutes, also Körpersprache ist wirklich King. Und das, wie gesagt, ist ganz viel unbewusst, ne. Äh, siebzehntens, offene Körperhaltung. Also, alles, also, man sagt immer so in der Körper, äh, wenn es so um Körpersprache geht, wir machen Kontakt mit den Löchern, will das jetzt nicht weiter ausführen, aber, ähm, mit den Löchern im Körper. Und, äh, wenn ich aber alles so zumache irgendwie, dann mache ich mich, ähm, ja, halt zu, ne. Und das heißt, also, wenn schon abgewendet und so, kein gutes Zeichen, kannst eigentlich nach Hause gehen. Aber, ähm, aber wenn sie offen ist, öffnet sich dir quasi, sehr gutes Zeichen. Achtzehntens, lächerlich, stark daran interessiert, was du sagst, auch wenn du gerade in Müll geredet hast, auch, oh, das ist aber interessant und Mensch und, äh, wie schon gesagt, lacht über deine schlechten Witze und so weiter. So, und für den 19. Punkt, wo du sagen kannst, das ist ein sicheres Zeichen, dass ich sie jetzt küssen kann, dafür kommen in meinen Polaritätskurs und wir werden uns bald wiedersehen. Ciao. Ciao.